Heidrun Hendrich ist die familienfreundlichste Schwerinerin. Heidrun Hendrich ist eine Oma für alle. Sie hat beim Aufbau der Kleiderkammer Schwerin geholfen und kümmert sich liebevoll um Flüchtlinge. Bei der Preisverleihung im Schloss Paxen der Schwerinen am Samstag wurde die Ehrung familienfreundlichste Schwerinerin gleich zweimal vergeben. Bei Michaela Scott wurde ihr Einsatz für eine familienfreundliche Geburtshilfe honoriert. Die Ehrungen wurden schon zum sechsten Mal vorgenommen. Das Schweriner Bündnis für Familie sucht in jedem Jahr unter anderem auch das familienfreundlichste Unternehmen. Hier haben die Drescher Werkstätten den Preis abgeräumt. Das Bergstubencafé in der Schmiedestraße ist die familienfreundlichste Einrichtung. Zur familienfreundlichsten Initiative der Landeshauptstadt hat die Jury den Freundeskreis der Stadtbibliothek ernannt.